Atmen mit dem F-Laut, also Man sieht, wie die Kelle beim Ausatmen sich weitet und beim Einatmen sich zusammenzieht, wegen des Unterdrucks vermutlich. Die Stimmelippen selbst bleiben aber in derselben Position wie bei offener Atmung. Nochmal zum Vergleich. Wo bin ich? Nochmal zum Vergleich. Na, irgendwie sehe ich jetzt hier nicht so viel. Zum Vergleich offene Atmung und danach gehe ich über zur F-Atmung mit dem Laut F, also offen. Jetzt mit dem Laut F-Ein, fängt auf Einatmen an. Soviel zur Atmung. Und dann gehe ich also hier über hoch, weil ich das im Grunde von der F-Laut. Und dann gehe ich zu mir vor. Die Stimmel-Anst photoguer. Und dann gehe ich ab, also mit dem Laut F-Ein. Und dann gehe ich dabei. Und dann gehe ich zurück, weil ich war mit einer F-Ein. Ich war mit einer F-Ein. Und dann gehe ich hier mit einem menten. Ja, glaube ich habe.